Ich muss mindestens eine Vorwärtslieferung durchsuchen. Die Dings hat mir eine Einladung geschickt. Wer? Selina. Ja und? Ich merke gerade ob sie mal mit uns aufnehmen kann. Können wir dann in der nächsten Runde machen. Gueuck. Tööööööööö.. ähm 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 ne warum weil dort die meisten rausspringen du musst immer äh zum anfang gucken wo am wenigsten rausspringen wir gehen hier zum Feld oh jetzt landen da hoch welche egal ich mach die eh alle ich mach die eh alle ins Solo hab ich land ich immer im großen Haus und hab immer alle gekühlt oh hier wird einer ja ja da ich will dann so viel vorlesen das ist dann keine ey oh 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 raketenwerfer das rad sieht so gut ja pass auf du hörst zu schießen ich hab raketenwerfer nur da hab ich gar nichts anfangen krass hm hab hab allen schaden gegeben hab allen schaden gegeben ich auch hab einen gekühlt ich auch und jetzt hab ich mal eine pampere ich komm gleich ich komm gleich auch erkleben ist jetzt noch welche oder ich denk noch mehr ich denk noch mehr äh ja hier bauen auf jeden Fall noch welche oder warst du das ja das war ich grad ok aber ich verflitte au meine lila ne ist die hier oben schon gelootet worden die kiste die ist komplett weg ähhhh gehen wir mal zur sch- hier hinten da baut einer hier auch ich nehm den anderen ich nehm den anderen mach das Mann Kickslauer oh die hättest du mir naja ok ähhhh warte mal du brauchst Raketenwerfer-Munition oder äh ja da da aber hier sind noch bestimmt noch da da unten da am gewischt da Wahnsinn äh äh hi Selina Moinsen Moinge äh Moinsen irgendwo ist noch einer ich hab mein Papa nehm Hallo und ich störe euch gerade im nö ne ok vor him doch das Ich bin heute mit meinem Papa alleine. Ich muss auch meine Aufgaben machen. Ich auch. Ich krieg die aber nicht hin. Ich brauch ne goldene Waffe, aber kriegt keiner. Mein Papa klaut mir die ganze Zeit Keks. Mach ich gar nicht. Nee, das ist gelogen. Hier Derek, da ist was für dich. Aber hier sind doch noch mehr Keks. Ernsthaft? Ja. Ja. In der letzten Runde bin ich schon ausgefläht, weil ich nur Pistolen gefunden habe. Er hat Gemögen geschält. Eben nicht. Oh, 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 Derek. Nein, 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 Papa, ich brauch die doch. Ich hab doch meine Aufgaben. Naja, du hast doch Gruppenhilfe an. So wie ich. Oh, voll stimmt. Wenn es gar nicht gut. Wenn es gar nicht gut ist. Oder ne goldene Schrotflinde. Da, für dich Derek. Ey, ernsthaft? Jo. Jo. Jetzt müssen wir nur noch Gegner finden. Du hast mir 5 Keks geklaut. Hab ich gar nicht. Und ich hab erst einmal nur 1 Raketenkühl. Aufnahme noch an. Natürlich. Ui. So. Ich brauch Gegner. Die... ... die... Die... Tsssst. Die... Die... Und die... Die Zunge bin noch mal. Die zuhörig ist. Die mit diesem bridgetischen Gefährchen. Jetzt sind wir auch noch in der Zone, aber nicht in der Mitte. Ich gehe in die Mitte. Ciao, ciao! Helena? Ja? Guckst du gerade zu? Achso, stimmt, das geht ja auch. Ich kann es machen, ja. Ich komme mal zu gucken. Gott, da siehst du ja meinen Sohn, wie er verliert. Wenn, dann verliert ihr ja zusammen. Nö, wenn er abgeschossen wird, renne ich weg. Das ist ja nett. Dann mache ich das auch. Wenn du abgeschossen wirst, dann renne ich auch weg. Ah! Ah, der weg! Lassen, 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 lassen! Los, los! Scheiße! Alles? Los, los! Nee, nee! Nichts machen! Nichts machen! Scheiße! Ernsthaft? Oh! Oh! Noch einmal, noch einmal! Noch einmal! So, einmal in den Arsch geschossen, bitte. So, Aufgabe erledigt. Jetzt muss ich nur noch so einen Airdrop looten. Dann habe ich alles fertig. Ich brauche nur noch 20. Ich brauche nur noch 20. Ach, hier! Du musst noch mit der Ohr noch schießen. Für die Antraufgabe bei dir. Ja! Oh! Ich brauche nur noch einen Airdropa! Nein, Küllchen! Hier! Warte, 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 warte! Hier! Nimm die Waffe! Die braucht... Schieß den ab! Mit den Hintern geschossen! Habe ich schon nur gemacht! Jetzt müsste deine Antraufgabe auch erledigt sein! Mh... Nein! Dann... Äh... Hast du mit blau oder... Ist einer? Ich habe auch schon mit einer Pa... Jetzt habe ich meine Waffe weggeschmissen! Hier baut einer! Wo denn? Lina, wen guckst du aus? Ähm... 1! Boah! Bisse 2! Oh! Das war knapp! Das war knapp! Nein! Mann! Boah! Mann! Du... Boah! Äh... Die nehme ich! Sprech mal ein kurzes Schuh! Was ist denn da dein Papa? Was ist denn da dein Papa? Hm... Eik LP! Nein! Oh... Das ist noch nichts! Gestern hatte ich 13 und war Zweiter! Oh! Aber im Solo halt! Hau! Mist! Ja! Was ist los Derrick? Ja! Ich schlieb ganz hier gegen die Wand! Wenn ich auf die Reihe von Troschbeber... Ja! Äh... Du hast kein Schild mehr! Das ist dir bewusst, oder? Ja! Das ist mir natürlich bewusst! Da... Da hinten ist geschossen worden! Ja! Dahinten sind Gegner rechts! Nichts! Ja! Die haben sich versteckt im Feld drinnen! Aber nie in dem Foto! Sondern dahinten sind die gebaut! Ja! Da! Ja! 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 Okay. Da hat mich schon alle dieohle kriegen! Oh Papa! Ja, ja, pass auf, die haben eine Falle drin Nein! Ich war gerade dabei, eine Rakel zu feuern Was ist passiert? Oh, ja!